Enzinger-Game-Time, Ball für 0 gegen Lukas Herzlop, Tag 2. Das ist der lucky Shot, das heißt, der Verlierer von euch beiden, wenn der das zieht, dann kriegt das für ihn keiner bestraft. Okay. Fertig, was du darfst. Jede Picke mit Nutella. Eine saufengurke mit Nutella ist die Alternative. Also entweder lucky Shot oder die saufengurke mit Nutella. Lass dich dann in der Hand von einem von euch beiden. Wie viele Clubs spielen aktuell in der Easy Credit Barstin der Bundesliga? 18. Richtig. Und wie viele in der A-Division der Südstaffel der U19-Bundesliga? Sieben. Acht. Uuh. Pff. Ach. Ach. Also, wir bleiben beim Jugendbasketball. Ja, klar. Letztes Jahr wurde Ludwigsburg beim ANGT in München Vierter. Wer wurde Zweiter? Das ist der Lausora. Das ist dein Punkt. Das ist der Unfair. Er hat mitgespielt. Ich weiß. Und? Du hast auch Unterrolls mitgespielt in der Ludwigsberg. Ja, ja, ja. Du bist es halt. Na. Frankfurt's dienst... Bei den Profis. Frankfurt's dienstältester Profi heißt wie? Qantas Robertson. Das ist richtig. Oh. Wie viele Nationalitäten schickt Frankfurt ins Finaltunier an Spielern? Es gibt Deutsch. Auf jeden Fall. Was? Nee, das ist kein Wahn. Warte, warte, warte. Warte, warte. Was? Was? Drei. Richtig. Du weißt doch, welche waren es? Deutsch, amerikanisch und johann. Kubanisch. Nee, der zählt auch als deutscher. Hast du erzählt als deutscher? Aber du hast Glück, dass Gitzis Masulis auch Wittbaum mitgespielt hat. Ja, damals. Da war es Glück. Hat Klummann bei Frankfurt gespielt? Ja, beim Finaltunier. Ach so? Wusste ich gar nicht. Lucky Point. Uh, kein Problem. Von der Seite der Kante. Linie dort hinten, quasi dem Ende des Parketts, bis zur LED-Bande. Wie viele Meter sind es? Oh, ihr kriegt Anhaltspunkte. Falsch, eine, zwei, eine falsch. A, mehr als 15. B, mehr als 20. Oder C, mehr als 25. Von dem Parkettende, hinten, bis zur LED-Bande. Mehr als 15. Ja. Aber es wären mehr als 20 gewesen. Also okay. Dein Punkt. Die Euroleague, der Herren, hat zwei Klubs, die beide Rekordmeister sind. Die haben jeweils vier Titel. Welche Klubs sind es? Äh, also CSKA weiß ich. Du musst drücken. Du kannst gerne raten, aber je nachher denkt desto mehr und einfach wird's verlucken. CSKA haben gerne mal drückt? Nein. Oh mein Gott. CSKA und Panathinaikos. Panathinaikos? Ja. Aber Real? Ah, shit. Okay, aber Barca wurde ja schon gehofft. Ja. Nee, Barca wurde nicht so oft. Real, glaube ich, hat nur drei. Oder? Drei? Nein, ja. Ich war halt. Tut mir leid. So. Bitte Gurken mit Nutella. Entweder Gurken mit Nutella oder Lucky Shop. Bitte. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. War klar. Ja. Ida, pick away Nutella. Natürlich. Finn versorgt dich, dann einfach bist du. Ja. Malka. Ich freue mich schon, Alter. Schön, Alter. Heißt du nicht auf einer Seite Wackel? Danke. Danke. Gute so viel. So. Wenn's too much ist, alles gut. Dann lässt es bleiben. Ehrige Zeit, die Gessen. Alles gut? Lecker. Danke euch beiden. Das war euer Arbeitsplatz. Zumindest hier. Danke. Danke. Kein Problem. Hat mich gefreut, hier zu sein. Spaß. Deine Arbeitszeit noch nicht. Du weißt, was auch zu tun ist. Oh. Naja. Sorry. Ich hab den Arbeitsplatz früh gewendet. Ach so.